Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Video in dieser Videoreihe zum Mathematik macht Freunde Arbeitsblatt Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Wir haben uns auch schon im vorigen Video ein Stück weit mit der Frage beschäftigt, was steckt eigentlich hinter dem Hauptsatz. In diesem Video wollen wir nun die Erkenntnisse aus dem vorigen Video sichern und nach diesem Video kannst du dann den Zusammenhang zwischen Differenzieren und Integrieren an einem Beispiel anschaulich erklären und in deiner Erklärung mathematisch sauber argumentieren. Bevor wir loslegen, besprechen wir noch einmal ganz kurz, was wir im vorigen Video schon alles festgestellt haben. Kurz zur Wiederholung. Es dreht sich im Moment gerade alles um eine Funktion f mit der Vorschrift f von x ist x² und außerdem dreht sich alles um eine Integralfunktion f mit der Vorschrift f von x ist gleich das bestimmte Integral in den Grenzen 0 und x von t² dt. Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung besagt, dass die Ableitung dieser Integralfunktion, also F' von x gleich f von x gleich x² gilt. Das gilt an jeder Stelle. Wir werden jetzt den Hauptsatz für die Stelle x ist gleich 2 überprüfen. Dafür werden wir die Ideen aus dem vorigen Video zunächst einmal ein bisschen verfeinern. Und zwar wählen wir jetzt statt der Breite 0,5 eine Variable kleine Breite h, die zumindest erfüllen soll, dass sie größer 0 ist. Erstelle nun jeweils eine Formel. Ein kleiner Tipp, wie haben wir im Video davor diese Flächeninhalte berechnet? Pausiere kurz das Video, stelle Formeln für die Flächeninhalte auf und danach sprechen wir darüber. Also gut, für U erhalten wir f von 2 mal h, denn U entspricht genau dem Flächeninhalt dieses Rechtecks hier und die Länge dieses Rechtecks ist ja genau f von 2 und die Breite ist h. Sehr ähnlich verhält es sich bei O. Wir müssen nur vorsichtig sein. Diese Länge hier entspricht jetzt genau f von 2 plus h. Das ist ja genau der x-Wert hier an dieser Stelle. Für A können wir nun wieder unsere Integralfunktion f verwenden. So wie im vorigen Video können wir so vorgehen, dass wir zunächst f von 2 plus h betrachten. Das entspricht genau dem Inhalt der Fläche unter dem Graphen von f von 0 bis 2 plus h. Und wenn wir davon F von 2, also den Inhalt der Fläche unter dem Graphen von f von 0 bis 2 noch abziehen, dann bleibt genau A übrig. Als nächstes müssen wir uns jetzt überlegen, dass U auf jeden Fall kleiner gleich Groß A und Groß A auf jeden Fall noch kleiner gleich Groß O gelten muss. Das ist an den Flächen recht gut erkennbar. Und nun dividieren wir dann diese Ungleichung noch durch klein h. Dadurch erhalten wir diese Ungleichung hier. Und nun schauen wir uns an, was passiert, wenn wir jetzt h ganz, 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 ganz klein werden lassen. Also wenn wir jetzt den Grenzwert für h gegen 0 betrachten. Als allererstes betrachten wir diesen Grenzwert hier. Das ist nämlich ein alter Bekannter. Und zwar entspricht dieser Grenzwert hier genau der ersten Ableitung von Groß F an der Stelle 2, also das ist genau Groß F Strich von 2. Dafür kann ich die Videoreihe zum Arbeitsblatt Differentialquotient von Sebastian sehr empfehlen. Wir müssen jetzt einen zweiten Grenzwert auch noch betrachten. Und zwar müssen wir noch schauen, was passiert mit klein f von 2 plus h, wenn h gegen 0 geht. Dadurch, dass klein f aber stetig ist, geht das ganz einfach gegen f von 2. Wenn du dich mit dem Thema Stetigkeit auch noch näher auseinandersetzen möchtest, kann ich dir das Arbeitsblatt Stetigkeit sehr ans Herz legen. Wir sind hier nun schon fast fertig, denn aus unseren Überlegungen von hier folgt nun das Klein f von 2 kleiner gleich Groß F Strich von 2 kleiner gleich Klein f von 2 gelten muss. Also muss auch gelten, dass Groß F Strich von 2 ist gleich Klein f von 2. Und damit haben wir das gezeigt, was wir zeigen wollten. Die Monotonie von Klein f vereinfacht hier die Begründung. Die Stetigkeit wäre aber ausreichend. Also wenn du dich hiermit noch ein bisschen genauer beschäftigen möchtest, dann sind die Details dazu im Kompetenzheft integrieren 2 zu finden.